Tag zusammen! In Hamburg scheint schon wieder die Sonne. Es ist zwar nicht ganz so schön wie Freitag, aber es ist echt gutes Wetter und ich hoffe, bei euch stehen die Keller nicht unter Wasser. Was ich so lese im Internet und sehe für Bilder, geht es in Deutschland zum Teil ja echt richtig ab. Mit Überschwemmungen und so. Da haben wir in Hamburg echt Glück jetzt gerade mit Wetter. Ich wollte euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie die Saisonplanung bis zur WM bei mir aussieht. Und zwar werde ich nächstes Wochenende in Monaco am Start sein. Da wird die Nationalmannschaft wieder gemeinsam die Marinostrum zu beschreiten. Und ich werde den ersten Termin, also den ersten Wettkampf, den Wettkampf in Monaco mitmachen. Wo es zum Beispiel eine Besonderheit gibt. Ich werde wahrscheinlich hoffentlich 5x50 Schmets schwimmen. Das ist so ein Ausscheidungsschwimmen, wo am Ende eben nur noch zwei Leute gegeneinander schwimmen. Und ich war letztes Jahr oder als ich das letzte Mal da war, bin ich Zweiter geworden im Finale. Und ich hoffe natürlich, dass ich dieses Jahr wieder ins Finale komme und dann am besten natürlich gewinnen kann. Dann geht es weiter nach Barcelona direkt von Monaco. Und das sind die zwei Stationen, die ich von der Marinostrum Tour mitmache. Dann werde ich im Juli nochmal in Mailand auf einem Wettkampf sein. Und das sind die drei Wettkämpfe, die ich vor den Weltmeisterschaften auch in Barcelona dann noch schwimme. Der Wettkampf in Barcelona jetzt, der ist in einem anderen Bad als die WM. Also das sind jetzt nicht die gleichen Bedingungen. Aber es ist natürlich echt trotzdem cool. Und ich freue mich, dass ich nochmal internationale Konkurrenz habe vor den Weltmeisterschaften. Und da nochmal Training und Wettkampf verwenden kann auf so gute Art und Weise. Weil es macht auch wirklich Spaß dann in Monaco und Barcelona und auch in Mailand zu schwimmen. Und das ist so der Weg. Trainiert wird natürlich die ganze Zeit. Ab morgen früh geht es wieder los. Ich fühle mich gut. Das Training läuft anständig. Und ich bin gespannt, was diese Saison noch geht. Schönen Sonntag noch. Ich gucke mir wahrscheinlich noch Beachvolleyball live hier in Hamburg an. Vom Dance Smart Cup. Und dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Ciao.